... ... mal Hitzfeld bekommen, deshalb passt es jetzt. Du, Till, für wen bist du? Und Hauptsache nicht Algerien. Also so, genau, Überraschung. Ja, ich muss, glaube ich, an dieser Stelle... ...GDR, und da muss ich jetzt noch über die Geografie... ...und nur, dass das andere Ufer und das Badeschiff haben eine negative Bilanz gegen Algerien. In 1982, da waren, dass da was schief geht. Sie haben also gesagt, aber es gab da dieses... Wie, du hast zweimal, hundertmal gewonnen. Ja, da war der Bio lecker.